Ich trete bei der Urwahl an, um Grün in die Regierung zu führen. Es geht um viel bei dieser Wahl. Es sind unübersichtliche Zeiten und wir haben große Aufgaben. Es geht nicht mehr allein um die Frage, wie wir unser Land weiter modernisieren. Es geht um die Demokratie selbst. Gerade deshalb kommt es auf uns Grüne an. Wir sind die Last Party Standing gegen Populismus, für den Klimaschutz und für ein offenes Land. Dafür kämpfe ich. Lass uns diesen Wahlkampf mutig und selbstbewusst führen. Nur mit uns gibt es den Kohleausstieg und die Agrarwende. Nur mit uns gibt es ein Einwanderungsgesetz und ein Integrationsgesetz, das seinen Namen verdient. Ich bin stolz, dass wir eine Partei sind, die seit ihrer Geburtsstunde Politik mit Weitsicht macht und global denkt. Denn es gibt keinen Planeten B. Wir verteidigen unsere Demokratie und die Freiheit gegen die Angstmacher. Dafür bin ich 1989 auf die Straße gegangen. Und dafür gehe ich heute in die Auseinandersetzung. Meine Erfahrung ist, es lohnt sich. Politik muss Vertrauen zurückgeben und Menschen zusammenführen. Unabhängig davon, woher jemand kommt, ob er viel oder sie wenig verdient. Wir Grüne sind bei der nächsten Bundestagswahl die Alternative zur Großen Koalition. Das gibt uns eine große Chance. Ich will, dass wir sie nutzen. Ich will, dass wir bei dieser Wahl über uns hinaus wachsen. Zusammen, eigenständig, grün. Mir wäre es eine Ehre, uns Grüne in diese Wahl zu führen. Vielen Dank.